Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Darksiders Wir haben gerade irgendeinen komischen Typ an uns gebunden bekommen und wir müssen jetzt unsere Klinge wiederholen Klinge, Klinge, Klinge B Wusch Schön Wo immer er das hinsteckt Kriegslinge in der Klinge, sie wurden ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt Also wir sind jetzt richtige Schwächlinge um genau zu ziehen Ups, meine Mousse ist noch im Bild, WTF Erforderlich Was? Ah Klinge ist hier Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Feld aus Klingen entstehen Schön Sie haben ihre erste Zornkraft erhalten Drücken sie B B B B Um das Gepäck aufzurufen Ich glaub das ist das da Alter wieso ich mich nie muss die ganze Zeit im Bild Na muss ich nachher nochmal da eindrehen Verbrauchsgegenstände blablabla Okay Legen sie eine ausgewöhnliche Aktionstaste Drücken sie L B Ich muss rausfinden was das für eine Taste ist Und X Y A Kraft oder Gegensteine Okay Schön zu wissen Ähm Das ist da Okay Und das ist Lebensessenz Ich glaub mehr können wir im Moment ausgerüstet haben Okay L B ist die obere Taste Da haben wir Inventar Also das was wir ausgerüstet haben Da haben wir passive Fähigkeiten und sonstiges Gedöns Da haben wir Nummer was wir ausgerüstet haben Charakter Ah da können wir Zeug schmieden Ich sollte die oben lesen Das ist manchmal gar nicht so eine schlechte Idee Und da haben wir noch Artefakte Was auch immer das ist Okay Dann schauen wir noch einmal Äh X Oh nice Gut Ganz scheiße von den Dinger verbraucht Aber YOLO Das ist auch in der richtigen Welt so Das ist ja so ja Ähm Na dann Boys Ähm I'll be back Oder so ähnlich Weeeee Oh god Ist ja nicht mein Ausgangsportal Seelen 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 massivieren sich in drei Formen Währung, Gesundheit, Zorn Okay Dankeschön Ich finde es meine Gesundheit auch erwehre Also auch seelisch quasi VULGRIM VULGRIM Nur wenige können sich seine Dienste leisten Aber vielleicht kannst du mit ihm handeln Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab Ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde Verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers VULGRIM ist einer dieser Verstoßenen Der möchte schon seit langem eine Audi Hins bei uns Wie lange bin ich schon hier? Oh nice Das kommen natürlich immer noch die Dämonen an Schön 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 Oder bin ich das zu sein? Ah das bin ich zu sein Und haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt Alter Nicht so schnell Reiter Bis das hier vorbei ist bist du ein Hund an der Leine Wenn ich sage geh laut dann binst du Wenn ich sage sitz dann solltest du dich damit beeilen Und wenn ich dich treten muss solltest du vorher deine Zähne rausnehmen Verstanden Wie kannst du mich treten? Du hast nicht einmal bei Wie kannst du dich bei bringen wie man sich tot stellt? Oder? Guter Junge Wuff wuff Der regt mich jetzt schon auf Gott Ok Seraphim Hotel Ich muss den Dämonen finden Wow Das Foto ist noch gut Ja Gehen wir mal da rauf Wiii Hallo Beobachter Karte Weltkarte Wo nicht so viel im Moment verfügbar ist Meine Werte Ich spiele schon 14 Minuten Ok Das ja Für das die letzte Folge 20 Minuten war ja ok LOL Vergossenes Dämonenblut Das ist ja geil Hehehe 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 Ok Ähm Da haben wir noch schüsstige Tipps und so Aber die brauchen wir nicht Wir sind ein bisschen OP mit Guckertipps Ey Geil Äh Durch Und Genau Werfen ist doch mit dem Dämonen sicher Ah Wartet einmal Habe ich da nicht irgendwo Optionen Von wegen Ähm Einstellung Da Äh Ich würde gerne meine X- und Y-Achsen umkehren Äh X-Achsen glaube ich Ja das könnte noch hinkommen Ah Gott Jetzt kann ich endlich richtig steuern Was ist das für ein Kack Wiesi da Wie komme ich dort rüber Oh Jetzt bin ich wieder da unten Gott verdammt nochmal Ok Gehen wir nochmal rüber So kann ich mich schneller bewegen Das ist ja sehr praktisch Wie komme ich denn da hinten weiter Noch mal irgendeinen Tipp Leute Da rüber Nein Äh Also einen normalen Doppelsprung reicht nicht Den haben wir doch schon festgestellt Muss ich dash oder was Genau Äh 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 Ok Wir probieren es nochmal Wenn wir so super pro sind Ah Ok Laufen Kabam Ein bisschen Würsche Kann ich mich Ah vielleicht kann ich Ah Wow geil Ok Learning by doing Sozusagen Oha Schön Sind das Menschen Sind das Menschen gsi Gsi Shrubbetonik he Hier kommt das Begrüssungskomitee Hallo Ich bekomme ja auch so einen Blumenkranz Wie wenn man in Hawaii ankommt Nichts Tja Warum stellst du dich nicht selbst vor Ja also Ja also Ich bin in Krieg Ich bin 738 Jahre alt Suche eine Frau Die gerne Gewalt und Blut hat Und Ja Ich kann gerne Strandspaziergänge Ich kann gerne Seelen einsammeln Ich habe eine richtig grosse Kollektion sogar schon Aber Ja So Mal schauen Nein Du Nein Du Nein du kannst mich auch nicht Du kannst mich auch nicht So Hello Bitches Tot Gut Und Nicht runter Das ist aber cool Wenn ich irgendeine Kombo mache Richtung Abbrot Dann gehe ich nicht runter Das finde ich nice Das ist gut gemacht von den Entwicklern Komm ich da hinten mal weiter Nein Ähm Ah ich kann mich da auf mein Ziel fixieren Oder so Oder so einfach Ähm Hey Was auch immer du bist Du siehst du bist ein Boomer Mann Du bist ein Boomer Also so einfach Nein Ist egal Wusch Okay Leuchtende Handschuhe Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten Zum Beispiel Kisten Oder Türen Oder dein Gesicht Drücken sie B um zu aktivieren Ah ok So Ach ihr sind Ihr fliegt so schön in den Gegenden um Das finde ich richtig nett wohl So da bist du noch tot Kann ich das Ding da Ich kann es nochmal auflöpfen Ok Dich kann ich sicher aufdrücken Ah ist es gut Ja Ähm Oh Ok Aber er hat mit seiner Frage schon recht Aber er hat mit seiner Frage schon recht Ich will gerne mal schauen wo es da unten noch ist Nicht all zu viel he Könnte ja sein dass irgendwo noch ein Secret ist Aber er hat mit seiner Frage schon recht gehabt Wie lange dass wir jetzt schon da rum hängen Quasi Weil ja Wir sind doch Scheinbar Eine Weile weg gewesen Ah drücken und halten Uh nice Aua Weh du explodierst in mein Gesicht Autsch Aua Sora stirb Bist du gerade explodiert Nein bist du nicht Nein Eigentlich wollte ich dich nicht anvisieren Bist du auch da zum Ah Hau doch ab Ok jetzt ist er explodiert Ich bin fast tot Könnt ihr mir bitte ein wenig Leben geben Wir sind doch so nett Oder? Nein gebt mir nur Geld Also ich meine nicht dass ich etwas gegen Geld habe Aber Ein wenig Leben wäre schon nicht schlecht Kann ich ein wenig Zeug zerstören Oder Geld Ich finde es auch Lust Äh leben meine ich Ja jetzt habe ich Geld bekommen Danke dass du so schnell auf meine Wünsche reagierst Aber Ja Kiste Beste mit Interaktiven Jetzt ist schon mal der Gegner kaputt geschlagen Schön Das ist sicher Leben Awesome Dankeschön Das habe ich jetzt genau gebraucht Let's go Objekte verschieben Bestimmte freistehende Objekte in der Umgebung Können von Krieg verschoben werden Drücken und halten sie B Um Objekte zu verschieben Na dann Das ist schon mal Der hier kaputt schlägt Ich kann auch in der Luft ein wenig meine Schwerte zeigen Äh Ich würde gerne blocken Um ehrlich zu sein Oder irgendwie schneller und besser agieren können Aber ich glaube das kommt vielleicht noch Ich meine das Spiel ist auch schon älter Vielleicht sollten sie in die andere Richtung schieben Das finde ich auch noch geil Es ist genau vorgegeben Wohin dass man das Zeug schieben Von den Von den Von den Kacheln auf dem Boden Das heißt man kann es nicht einfach irgendwo hin schieben Aber Es Ja Es tut zwar etwas von der Freiheit Nein Was man sonst hätte in normalen Weissen so Spiele Aber ist ja egal Es gibt uns sicher auch nur Halt Es gibt uns sicher auch nur Geld Wenn ich das kaputt schlug Nice Wir müssen ja irgendwann nochmal Den komischen Dämon bestechen Oder Vielleicht müssen wir ihn auch retten Manchmal muss man Zeug retten Damit man ja Halt Damit man Zeug bekommt Wui 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 Ja ich weiss Gehen wir mal da ein bisschen schneller Dankeschön Ein bisschen schneller Und so Hallo Ach Dass die überall Ein Empfangskomitee für mich haben Die sind ja wirklich nett Da Aber tut mir leid Es sind alle nicht mein Geschmack Also Die Falten Nein das geht gar nicht Und du hast einen richtigen Bugl Du solltest mal gerade laufen Hattest du das nicht erst? Hätte das noch nie einmal gesagt? Da sind sie vielleicht nicht runtergefallen Aber das sind sie vielleicht runter Gehen wir rauf Gehen wir rauf Wusch Wusch Du bist auch ein bisschen ein Affe Hattest du das schon einmal gesagt? Ähm Bin ich nicht schon gleich da gewesen? Ah nein die Tür ist zugegeben Das hätte natürlich Sinn Aaaaaaaa Aaaaah klar Aua Psstirp, stirp, 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 da alle da Du auch, du auch Du auch Moment, wenn ich das jetzt sage, ich könnte sicher einen fetten Gag nehmen. Ich könnte eigentlich sagen, ich würde gerne mal einen Gag nehmen, der mich herausfordert Und da haben wir ihn schon! Wow, was für ein Timing! Junge, Junge, du bist aber Feuer und Flammen für den Kampf, hä? Ja, ich würde gerne Kraft einsetzen. Aber es ist nicht so geäbig im Moment, weil du vielleicht siehst, Spiel. Wow! Wow, 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 Alter! Also Monster Hunter hilft einem schon bei so Sachen. Wow, kannst du bitte ausweichen? Aua! Das ist doch jetzt nicht nötig gewesen! Komm schon! Bich mal aus! Bich aus! Wow! Und finish him! Ouch! In your face! Das tut doch weh! Na ja, immerhin haben wir ihn besiegt, oder? Und das geht pünktlich! Das ist doch richtig geil! Okay! Ähm, wir sagen, das nächste Mal gehen wir mal schauen, was uns dort hinten erwartet. Ich hoffe, ihr hat's gefallen! Schreibt mir einen Kommentar! Ich freue mich über jeden! Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders! Tschüss! 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 Tschüss!